Ich bin die Kerstin Brein, bin 32 Jahre alt, komme aus Österreich, aus Linz. Die Freiheitsdressur von Kerstin Brein mit ihren Ponys bringt eine unheimliche Leichtigkeit und zeigt eine heile Welt in der Show. Ganz wichtig ist für eine Freiarbeit, dass die Ponys einem vertrauen. Dann hat das Pferd irrsinnig viel Spaß daran. Und er ist gerne bei mir. Ich möchte, dass die Leute Teil der Show werden und dieses schöne Gefühl mit auf den Heimweg nehmen können. Es ist, als wenn das einfach nur ein Tanz wäre zwischen Kerstin und ihren Ponys. Die Freiheit ist echt in jedem Moment ein Highlight. Das ist schon wirklich faszinierend. ... ... ...